So, ich bin wieder bei Super Mario Bros. The Lost Levels. Ich diesmal in Welt 2, die bestimmt nicht mehr so einfach sein wird. Also un... Ach... Ich hätte nichts reden sollen. Blöde Hammerbrüder. Hüpfen. Eigentlich muss man nur immer in Bewegung bleiben. Okay, dann sieht man nicht, was auf einen zukommt, aber... Das meine ich. Wenn man zu langsam ist oder zögert, dann verliert man. Yay. Safe-Punkt. Okay. An solchen Stellen warte ich dann doch mal gern ab. Huch. Naja. Das war nicht mal geplant, aber ich nehme es natürlich gern mit. Ach, scheiße. Naja. Daran konnte ich mich nicht mehr erinnern. So, fangen wir halt neu an. Hammerbrüder muss man eigentlich echt immer schnell erledigen, dann geht's. Sonst ziehe ich da schwarz. Ach, komm. Ich bin hauptsächlich mit drauf. Eiei. Mein Gott, Liv. Ich bin hier bei 2-1. Bei 2-1. Sonst... Naja, solche Fehler passieren mir oft. Jeei. 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 Mal gucken. Ich glaube, man sollte nicht zu weit gehen. Jawohl. Ja, mal hin. Jeei. Ich habe ein leichtes Level geschafft. Ich kann ja so stolz sein. Schauen wir mal. Ja, das sehen wir schon. Ach Gott. Ja, unter wasser Level ist ein zweischneidiges Schwert. Eigentlich hasse ich sie, aber... Immerhin kann man nicht so leicht ins Ausfallen. Ich vermisse die guten alten Seiten von Super Mario Brothers 3, wo man nach oben raus konnte. Wo war das? 3-1 in Super Mario Brothers 3? Ja. Ja. Ja, okay. Was sage ich? Nicht so leicht ins Ausfallen. Ich sollte den Mund nicht so voll nehmen. Sterben werde ich jetzt eh gleich wieder. In diesem Scheiß... Oder fischen. Nee, komm. 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 Ja. Brav. Yeah. 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 Ich sag's ja. Unter wasser Welten hasse ich, aber... Man kann halt vom Game Over... Ja, egal. Gestärkt werde ich jetzt. Juhu, so eine Welt. Wenn man es richtig anstellt, kann man die eigentlich gut lösen. Wenn. 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 Aber gemeine Stellen gibt's halt überall. Ja. Spring halt, Luigi. Hüpf, hüpf. Deswegen nehm ich dich doch. Weil du so ein Springer bist. Habe ich auch schon mal schneller geschafft. Aber... Das war gut. Naja, gut. Gut war's nicht, aber ich sag mal annehmbar. Ging Borsa werde ich jetzt eh wieder scheitern. Neh, nicht sowas. Kann ich mir nie merken, wie es lang geht. Schwach, schack dich sowas. Sag mal, was mach ich eigentlich falsch? Vielleicht derbe ich in Zeit aus oder so. Hm, oder auch so. Ja, einmal probieren wir's noch. Puh, 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 puh. Na, naaaah. So wusste ich's doch schon. Yeah. Hey. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Godlike. Ich hoffe einfach mal so oben rum. Yep, yep, yep. Klingeling. Ich wette man muss unten rum. Zumindest nicht ganz unten. Du, 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 du. Ist ja gut, ist ja gut. Unten. Ach so. Nochmal unten. Schaut, ob man das auch so schaffen kann. Nein. Oben. Und jetzt mittel. Ich versuch das nächste Mal oben. Wie hab ich schon mal erwähnt, dass ich Piranen pflanzen? Hassel! Ja, es geht schon, aber man muss halt nix zwingen, ne? Also, wie gesagt. Also, wie gesagt. Jawohl, das stimmt sogar. Halleluja. Und da ist er auch schon. Hat er Hämmer dabei? Nein, aber so ein Feuerdings. Das ist mein Untergang. Nicht mal. Ich bin der Winner. B-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Ah, das war's auch schon für heute. Nicht wahr? Ja, mach hin, mach hin, mach hin, mach hin. Wir haben noch keine Zeit. Wir haben doch keine Zeit.